Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute sehe ich schon wieder gleich aus. Ihr wisst den Drill, ihr wisst was los ist. Ich bin einfach krank und habe heute einen guten Tag und drehe euch die ganzen Videos vor. Und heute habt ihr wie auch immer die Chance an der Verlosung teilzuhaben von der Laura und mir. Wir haben jeweils ein Christmas Verlosung zu unserem Adventskalender am 24. endend. Und bei mir wird es dann ein separates Video geben, wo ich euch zeige, was es für euch gibt. Einen schönen Weihnachtsgruß für euch und vor allen Dingen euch praktisch zeige, was ich von der Laura bekomme. Das werdet ihr separat sehen. Und heute wollen wir uns Päckchen Nummer 19 widmen. Also mir hat bis jetzt jedes Artikel gefallen, außer jetzt zum Beispiel diese Badesachen. Aber das liegt daran, dass ich einfach keine Badewanne habe. Aber mein Papa hat gesagt, die Sachen riechen toll. Und hier steht irgendwas auf japanisch. Was ist das? Sersheet Mask. Also das ist eine Maske von Misha. Und das ist bestimmt so ein koreanisches Produkt, was gerade so voll gehypt ist. Und zwar vielen Dank, Laura, weil ich habe sowas von drauf gestirrt auf solche Produkte, aber mich einfach nie getraut, welche zu kaufen, weil die sind auch nicht billig. Vielen Dank, Laura, für deine Bemühungen und diese tollen Ideen, die du hattest. Ich werde die auf jeden Fall austesten für euch und werde euch mal dann mal eine, ich will unbedingt dieses Jahr mal eine Skincare-Rückblick geben, was ich wirklich gut fand dieses Jahr, weil es gab einige Items, die ich sehr, sehr geil fand und manche, die total schlecht waren. Vielen Dank, liebe Laura. Und morgen kommen wir schon auf die Zwanziger. Ne, beziehungsweise haben wir noch einige Items hier. Mein Gott, morgen ist schon der Zwanzigste. Kann man ja gar nicht glauben. Aber bleibt weiter dran. Schaut in die Infobox, dass ihr zu Laura findet und an der Verlosung teilnehmt, auch bei ihr oder bei uns. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis morgen.